Wir sind im ArtLab Gleis 1 und beginnen unser neues Ausstellungsjahr für das Jahr 2023 mit einer Lichtausstellung des Künstlers Erik Matray aus Budapest. Erik Matray ist ein mittlerweile weltberühmter Künstler, würde ich schon fast sagen. Er ist international unterwegs, kommt gerade aus New York und wird hier unsere erste Ausstellung im ArtLab Gleis 1 gestalten und wir sehen hier zwei großartige Installationen, die Erik Matray für das ArtLab Gleis 1 in Regensburg konzipiert hat. A very warm welcome to you Erik, here in Regensburg ArtLab Gleis 1. We are so happy that it was possible that you came here to install your artwork that we can now see here with the title Spectrum Rafting. I started to experimenting with with physically mixed colors and lighting by different kind of lights. That's the question what is the real color because the color is dependent of the light. It depends on the color of the light. So normally we see the colors in the sunlight in a white light but when the color of the light changing the the normal colors is also starting to change and the colors can be one time wet and one time dry and one time intense and one time calm and one time warm and one time cold. So it's really really relative how we percept the colors and here we see simple painted colors which is physically mixed by paint and and we in the same time see the the mixing mixed light which is always changing and that's why everything changing in that when we mixing the colors in physically we subtracting the colors or the color subtracting from each other and when we lighting the colors it's we we adding the colors then we when when adding the colors where is the all color in there is the white light and in the in the physically mixing the subtracting mixing when the all color is in there we get the black okay and when when these two mixing system meets we got that strange situation Ich würde mich freuen wenn ich Sie hier in das Art Lab Gleis eins locken könnte damit Sie diese Erfahrung mit all den Lichtern komprimiert also Sie müssen jetzt nicht reisen Sie können das alles hier erleben und das innerhalb würde ich sagen relativ kurzer Zeit eine Begegnung mit der Arbeit des Künstlers Erik Matray der seine Ressourcen seine Ideen aus etwas ganz Einfachen das alles unser Leben darstellt bezieht dem Licht